Hören Teil 1 Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel Guten Tag, Herr Mehmet. Hier spricht Schneider vom Wohnungsamt. Herr Mehmet, Sie können die Wohnung in der Buchenstraße 3 im zweiten Stock bekommen. Rufen Sie mich doch bitte morgen zwischen 9 und 11 Uhr an, damit wir noch einen Besichtigungstermin für die Wohnung ausmachen können. Am besten noch diese Woche, denn nächste Woche sind schon die Handwerker da. Auf Wiederhören. Nummer 1 Guten Tag, Praxisdoktor Engerer hier. Gudrun Persen am Apparat. Frau Aslan, Sie waren vor zwei Tagen zur Blutabnahme bei uns. Die Ergebnisse sind jetzt da und der Doktor würde gern noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Bitte rufen Sie uns zurück. Die Nummer ist 4688-9203. Das wäre nett. Auf Wiederhören. Nummer 2 Hallo, Herr Thalmann. Hier ist die Zahnarztpraxis, Dr. Lang. Herr Thalmann, Sie haben ja am Donnerstagnachmittag einen Termin bei uns. Leider müssen wir den Termin verschieben, weil der Doktor seit heute krank ist. Können Sie uns bitte zurückrufen? Vielen Dank. Vielen Dank. Nummer 3 Liebe Kundinnen und Kunden, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. In der Gemüseabteilung wurde ein Handy in einem roten Lederetui gefunden. Das Handy wurde an der Information im Eingangsbereich abgegeben. Achtung, ich wiederhole. Der Besitzer oder die Besitzerin eines verlorenen Handys in einem roten Lederetui soll sich bitte an der Information im Eingangsbereich melden. Das Handy wurde an der Information im Eingangsbereich melden. Das Handy wurde gefunden und dort abgegeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nummer 4 Hallo Mama, hier ist Tina. Du, ich glaube, ich habe meinen Wohnungsschlüssel verloren. Ich habe ihn schon überall gesucht. Deshalb bin ich zu Frau Becker im dritten Stock gegangen und warte hier auf dich, bis du nach Hause kommst und mich abholst. Frau Becker ist sehr nett und ich esse jetzt von ihrem selbstgebackenen Kuchen. Bis bald! Ende von Teil 1 undlogo Nein لةained 81 Haare 0 0 2 2 2 2 3